1 plus 4 ist gleich 6! Das weiß doch jedes Kind und... Äh, warte mal, war das doch keine 6? Oh, na klar, 1 plus 4 ist 5. Oh, wie komm ich denn da rauf? Denn wir, Freunde, müssen heute das Ergebnis ausrechnen. Zum Beispiel 3 plus 4, das ist natürlich 7. Und da müssen wir uns auf die Zahl 7 stellen. Und genau so holst du dir den riesen, riesen Thron dort hinten. Aber ich würde sagen, Freunde, ihr könnt mir natürlich dabei helfen. Indem ihr die richtige Lösung in die Kommentare schreibt. Also lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bei 1000 Likes will ich 1000 Robux aus der Vitamin-Fangruppe verlosen. Also kommt in die Vitamin-Fangruppe in Roblox. Und dann habt ihr die Chance bei 1000 Likes auf 1000 Robux. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, es ist soweit. Beginnen wir mal mit Aufgabe 1. Okay, 3 plus 5 ist 8. Okay, wir können noch so lange laufen. Und dann müssen wir die 8 finden. Das bedeutet, wir müssen jetzt auf der 8 stehen bleiben. Ich kann natürlich jetzt hier noch so vorrennen, wenn das geht. Und dann geht es weiter. Okay, 3 plus 1 ist eigentlich auch einfach. Das ist natürlich 4, Freunde. Ganz, ganz richtig. Und hier ist eine 4. Jede Zahl hat so seine eigene Farbe. Alter, der ist einfach zu früh gejumpt. Okay, hier brauchen wir eine 6. So, ich würde sagen, da ist noch eine 6. Das schaffen wir noch. Und springen. So. Okay, wir sind sogar... Wow. Wir sind sogar Platz 1 bis jetzt, Freunde. 1 plus 2. Hey. Eher ernst? Natürlich, das ist 4. Okay, natürlich nicht. Nochmal mache ich das nicht. Aber ich würde sagen, Freunde, wir schaffen es als erstes. Oh nein. 3 plus 2 ist 5. Äh, warte mal. Hier ist eine 5. Oh mein Gott. Nein. Nein. Okay, warte mal. Ich nehme die 5. Und das kann nicht sein. Oh mein Gott. Schafft wir wenigstens noch den dritten Platz, Freunde. Komm, komm, komm. Oh. 1 plus 1 ist 2. Aber das brauchen wir nicht. Plus einen Pokal. Oh yeah. Was kann ich eigentlich mit diesen Pokalen holen? Jetzt mal im Ernst. Bringt mir das was? Top Siegel. Oh mein Gott. Ich bin Platz 3 auf dem Server. Na wartet ab. Ich werde mir die ganzen Siegel kaufen. Na wartet ab. Ich werde alle Siegel bekommen. Oh yeah. Aber wartet ab. Ich werde hier noch Platz 1 auf diesem Server werden. Oh yeah. Okay, Freunde. Es geht in die zweite Runde. Und ich würde sagen, wir starten. 4 plus 6 ist 10. Okay, das weiß jedes Kind. So, ich würde sagen. Oh mein Gott. Das schaffen wir noch. Bäm. So, wir sind sogar ganz vorne. Ja, okay. Wir haben hier noch Mitstreiter, die auf jeden Fall auch sehr, sehr weit vorne sind. Okay, 2. Welche Farbe hat die 2? Gelb. Okay, warte mal. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch, oder? Oh mein Gott. Die schaffen es nicht, oder? Wow. Was? Die sind alle runtergefallen. Damit habe ich am mübelsten Platz. Und ich könnte... Oh nein. 4. 4. Nein. Oh mein Gott. Was? Ich habe die 4 nicht gefunden. Oh mein Gott. Okay, okay. Ich bin ganz, ganz weit vorne. 2 plus 1. Ich habe übelst für Absprung. Äh, Vorsprung meine ich natürlich. So, eine 3. Das sollte auch glasklar sein. So, okay, okay, okay. Sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Ich glaube, wir holen uns hier den Platz 1. 2 plus 5 ist natürlich 7. Aber, okay. Wir gehen auf die 7. Wir machen ein bisschen safe, Leute. Lieber safe als runterzufallen. Und holen uns somit den zweiten Pokal. Yeah. Damit bin ich übrigens jetzt auf dem Server Platz Nummer 2. Aber wartet mal. Es gibt sogar noch jemand, der vor mir ist. Und er hat sogar 3 Pokale, Leute. Na, warte. Ich werde... Oh. Okay. Hey, ich bin Dritter. Mist. Ich... Das ist doof. Aber, Leute, ich werde ihn auf jeden Fall einholen. Übrigens, wie findet ihr meine coolen, krassen Sterne-Augen? Ich finde ihn mega cool, oder? Okay, meine Damen und Herren. 3 plus 5 ist natürlich... Ah, okay, okay. Jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viele Mitstreiter. Und... Ja, okay, okay. Wir sind noch vorne. So, guckt mal. Wir können sogar noch weiter rennen. Und wir werden es schaffen. 9. Okay, die Farbe 9 ist so dunkelblau. Ja, okay, okay. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Bäm. Und... Bäm. So. Ah, Mist. Die macht das gleiche wie ich. 3 plus 5 ist natürlich... 9. Nee, verämpelt. 8. Äh, warte mal. Wo ist eine 8? Nein, nein, nein. Nein. Das kann nicht sein. Respawnen. 39 Robux. Okay, warte mal. Das machen wir mal. Und wow. Ich bin jetzt hier oben und lass mich raten. Au. Ah, okay. Warte mal. Ich hab mich einfach gerespawnt. 3 plus 1 ist 4. 4, 4, 4. Das sind alle meine Farben. So. Okay, okay. Warte mal, Freunde. Sollen wir jetzt einfach den Win, würde ich sagen. Bam. Und wir sind im Ziel. Ey. Warte mal, die hat es trotzdem im Ziel. Als gewonnen gewertet. Aber... Oh mein Gott. Ich bin wirklich einfach einen Meter vor dem Ziel runtergefallen. Was? Ey, das war echt nubig, Leute. Aber ich meine... Okay, die haben mir trotzdem den Sieg gegeben. Aber wir sind immer noch Platz 3. Wir müssen auf jeden Fall noch was ändern dran. Aber... Leute, wir können das natürlich mit Kill All machen. Ich würde sagen, das probieren wir einfach gleich mal aus. Okay, Freunde. Ich würde sagen, lass die auf jeden Fall mal rennen. Und komm, wir probieren es. Kill All. Das Ding ist, Freunde, ich weiß nicht, ob ich auch dadurch getötet werde. Okay, okay. Einiges ist jetzt schon runtergefallen. Und bitte, bitte. Lass mich wenigsten am Leben. Ey, wenn ich jetzt auch mitsterbe, dann macht das gar keinen Sinn für mich zumindestens. Oh. Oh. Hey, ich hab's wirklich überlebt. Oh mein Gott, Freunde, das ist unsere Chance, den Pokal zu holen. Okay, 7, 7, 7, 7, 7. So, bam. Okay, okay, Freunde, das ist halt wirklich unsere Chance, den Nummer 1 Platz holen. Denn niemand weiter kann einfach was kaufen oder was holen. Also jetzt im Ernst, niemand kann einen Sieg bekommen, weil ich einfach alle getötet habe. Okay, die Leute tun mir trotzdem schon leid, weil die waren eigentlich nett zu mir. Die haben mir geholfen. Aber egal, Freunde, wir wollen doch Platz 1 werden auf dem Server. Okay, 1 plus 1. Diesmal habe ich es natürlich geschafft, Freunde. Und bin als einziger Platz 1. Okay, Freunde, damit sieht die Tabelle jetzt schon ein bisschen anders aus. Was sagt ihr dazu? Und die sagen so alle, ey, voll unfair. Ja, tut mir leid, das war echt unfair. Aber diese Runde werde ich auch so gegen euch gewinnen. Und ich werde Platz 1 werden, das verspreche ich euch. Okay, es ist mal so. Okay, es ist nun so weit. 4 plus 3 ist natürlich 7. Okay, wir sind sehr, sehr weit hinten, Leute. So, warte mal, hier können wir rauf. Bam, wir überholen. Boom, so sind wir auch schon mal erster Platz. Hätten wir diesen Sprung geschafft? Ich glaube schon. 1 plus 8 ist 9. Übrigens ist das das Mathe-Arace. Also hier muss man natürlich ein bisschen überlegen, Leute. So. Und, haha. Guckt mal, wie weit vorne ich bin. 3 plus 3 ist natürlich 6. Und die Farbe 6 ist hier. Das hier. Bam. So. Okay. Nein, er kommt bis zu mir vor. Oh nein. Okay, okay, okay. Wir haben nur noch einen minimalen Vorsprung. Okay, 8, 8, 8. Da ist eine 8. Kommen wir hier noch rauf? Wow. Und, Freunde, ich bin erster. Nein. Das kann nicht sein. Was soll das denn? Okay, Freunde. Nächste Runde werde ich gewinnen. Aber, Freunde, top Siege bin ich einfach mal Platz 1 auf dem Server. Warte mal, ich bin zweimal Platz 1? Nein, ich bin natürlich einmal Platz 1 auf diesem Server. Hier sogar Platz 8 hat 0 einfach nur. Okay, es sieht gut aus. Aber, Leute, ich will unbedingt in dem Race noch einmal Platz 1 werden. Also, vor allem, ich meine, das ist ganz schöne Stücke. Okay, okay, wir werden es schaffen. Hier sind auf jeden Fall alle einige Lagerbestände. Oha, wir können uns gleich sogar Haustiere kaufen. Äh, warte mal, was kostet? Oh mein Gott. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott. Das war echt dämlich. Aber ich würde sagen, Freunde, ich will unbedingt mal ein Haustier haben. Also, kaufen wir uns mal ein paar Trophäen. Und warte mal, es gibt sogar einen Tempo-Buff. Okay, warte mal, den werden wir auch mal ausprobieren. Boom. Hat einen Speed-Buff. Oh mein Gott, ich glaube... Ja, toll. Was hat der jetzt gebracht? Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns mal ein episches Haustier. Und... Was kriegen wir? Oh mein Gott, da gibt es sogar Batman. Und... Stopp! So, und... Oh mein Gott, wir haben einen epischen Shark bekommen. So, warte mal. Episch ist 80%. Wow. Also, ist der gar nicht so gut. Egal, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken uns mal unseren Mega-Maskin-Shark an. Und... Wow. Das ist ja mega cool und süß. Übrigens habe ich meinen Buff noch für 80 Sekunden. Wow. Das bringt mir gar nichts. Und... Ah. Ich bin wieder... Ja, zweiter nur noch. Toll. Ich kann mir sogar Jumps kaufen, aber... Ach, Freunde, das brauchen wir nicht. Okay, Freunde. Mal gucken, ob mir das Speed-Boost was bringt. Und... Warte mal, haben alle den? Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, alle haben den Speed-Boost. Okay. Freunde, das war jetzt nicht so clever. Jeder auf dem Server bekommt einfach den Speed-Boost. Ich dachte einfach, ich alleine habe den. Nein, stattdessen haben den alle. Okay, aber... Boom. Yeah. Dafür bin ich mega weit gekommen. Und schaffen wir es jetzt schon ins Ende? Warte mal, mit drei... Äh, in 30 Sekunden bin ich einfach drüben, und... Ende. Haha. Ja, Freunde. Oh. Ja, da ist einer im Server, der hat sieben. Toll. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Und haben unseren kleinen Mini-Shark. Wie nennen wir eigentlich? Nennen wir ihn Sharky? Wir können ihn sogar verkaufen, aber... Nee, warum? Oh mein Gott, Freunde, hier ist sogar jemand, der VIP hat. Die hat einfach plus 10 Geschwindigkeit. Oh mein Gott, viel unfair. Okay, Freunde, ich würde sagen, es geht die nächste Runde. Und das ist das finale Battle. Sie ist einfach 10% schneller. Oh mein Gott, das sieht man sogar. Okay, 1 plus 1 ist 2. Äh, wo ist hier überhaupt eine 2, Freunde? Oh mein Gott, ich habe das so spät gesehen. Sie ist nicht im Ernst runtergefallen, oder? Sie hat einen Speedboost und fällt runter? Okay, wir haben eine 4. Die 4 schaffen wir noch. So, Freunde, und boom. Bam. Ha. Da sind wir schon Erster. Let's go. Oh mein Gott, das war knapp. Ich bin einfach gesprungen. Obwohl noch nichts da war. Okay, wir brauchen eine 8. Eine 8, eine 8, eine 8. Wo ist die 8? Hier ist die 8. Let's go. So, hier warten wir. So, und komm. Und let's go. Wir sind Erster. Wuhu. Damit, Freunde, würde ich mich aber für heute verabschieden. Denn wir sind der ultimative Mathematik-Profi. Oh Gott, das hört sich so schrecklich an. Aber ich wollte sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr den zweiten Teil sehen wollt, Gangs-Handy, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.